Mwahaha Hey, Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge! Ohohoho, oh je! Willkommen zu Mad Max, ihr habt euch ja gewünscht, dass ich Mad Max mal auch spiel, wisch! Jetzt bin ich gerade dabei! Und fang, ich fang jetzt eine, eine, ich fang jetzt im Moment eine, eine, ähm... ...Karawane, wollt ich schon sagen. Zack! Ohohoho, yeah! Man kann so halt einfach crashen, ne, und dann... Es ist cool, ich kann aber auch mit meinem Grappling Hook einfach die Arme, äh... ...die Arme, die Reifen abziehen. Ich kann, ich kann den Leuten, den Fahrern auch in den Armen ziehen, dann fliegen sie raus. Haha! Ich werd angerufen, natürlich! Tschüss mit deinem Reifen! Eine Sekunde! Uh, da bin ich wieder back! Ohohoho, scheiße! Ey, äh, Säcke! Ich reiß mir jetzt die scheiß Räder raus. Tschüss Rad! Wir wollen nämlich die Trophäe da vorne haben. Seht ihr, hinten zwischen meinen Flammen... Da hab ich schon eine Trophäe. Ich reiß das Fenster, äh, die Tür ab. Und dann zieh ich ihn einfach raus. Von anderen Seite auch, komm! Oh shit! Der hat hinten so einen Tank, mit dem er dann Feuer ausleeren kann. Da muss man natürlich aufpassen. Einmal hinten reinfahren, geht, komm! Nee! So, und jetzt? Hahaha! Ich muss ihn jetzt zerstören, aber erst werd ich noch den anderen hier zerfisten. Sonst nervt er mich rum. Hahaha! Ist er liegen geblieben. Komm raus, den Sack! Hahaha! Er kommt einfach mit seinen Fäusten zu einer Schießerei. Ist ja wohl lächerlich. Komm schon, Bucket! Wir müssen weiter! Hör auf zu löschen! Ich mag mein Auto brennend. Gut. Wow! Wow! Voll der Ausfallschritt! Hab ich schon gut gemacht. Pass mal auf, wie ich dem jetzt gleich einer mitgebe. Bam! Also, wir haben hier diesen Kopfschmuck. Oh, den muss ich vorne dran machen. Ich hatte vorne schon was anderes dran. Man kann immer nach vorne bzw. hinten was dran machen. Sieht auch ziemlich cool aus, ich weiß. Der Kopf erinnert mich an diesen einen Flammenwerferkerl bei Fallout. Gab's doch so einen. Da fährt doch so ein Konvoi rum. Ich will hier das Gebiet von Jeet gerade auf null bringen. Auf null Feinde oder null Bedrohung. Und dafür muss ich noch ein paar Leute zerfisten. Ein Großteil der Karte befindet sich auf dem Meeresgrund. Da sind dann nur ein paar kaputtere Schiffe und das war's. Also, jetzt wird dann schnell langweilig, hier wirklich diese langen Strecken zu fahren. Deswegen nutze ich hier dann doch oft die Schnellreisefunktion. Also, so rechtfertig ist ich das jetzt einfach mal, dass ich da diese Funktion nutze. An sich ist es schon ein geiles Spiel, guck ich jetzt mal an. Wie geil hier alles aussieht, oder? Oh doch. Ah, halt, der hat so einen Mensch oben drauf. Den muss ich wegholen. Komm mal her, mein Freund. Ohohoho. Guck mal auf mich so zuzusandten, ihr Schweine. Ha! Voll ausgewichen, wie ihr mich rammen wollt. Oh. Oh! Das war eine saubröde Idee auszusteigen. Oh Gott! Oh Gott! Schnell, schnell, schnell! Ohohohoho! Wie scheißt die Wand dann? Ohohohoho! Das ist ein Double-Kill! Oh, yeah! Hm! Ah, das ist nicht cool. Hey, und ihr werdet es nicht glauben, ich habe diese Aufnahme vorhin schon mal gemacht. Ich habe 39 Minuten aufgenommen, gucke auf die Kamera und sehe, shit, ich habe die Kamera ausgehabt. Nicht so tragisch, ist halt einfach dann ohne Facecam. Dann gehe ich rüber zum PC und sehe, dass Odessity nichts aufgenommen hat. Super. Nur Gameplay. Aber die erste Aufnahme war eh gay. Das ist jetzt schon deutlich besser. Deutlich besser! Guck wie schnell ich fahre! Viel besser! Und um die Minen zu entfernen, müssen wir unseren Hund holen! Das funktioniert nämlich wie folgt mit dem Hund. Schaut! Er bellt! Und da ist eine Mine! Und ja, ich habe es schon geschafft voll reinzufahren. Ne, man fährt auf die Mine zu ziemlich schnell und der Hund... Pfff! Dann ist man tot. Ich bin noch einmal drauf gelaufen beim Entschärfen. Nicht früh genug A gedrückt, weiter gelaufen. BAMP! Jetzt mach auch der Hund. Das glaub ich aber. Das ist Detroit vor dem Angriff. Ist schon gut! Und in die Mine! Komm schon! Ich bin in die Mine gefahren! Das fährt noch! Alter Verwalter! Ich bin echt in die Mine gefahren! Das Auto kann man nicht mehr reparieren oder kann man es noch? Doch, kann man! Ich kann es machen! Junge! Ich habe nicht gut, dass man das überlebt. Also ich bin letztes Mal reingelaufen und bin gestorben und bin mit meinem Auto reingefahren und war auch tot. Und das Auto hält es einfach aus. Ich habe eine Mine entschärft, die andere gelöst. Soweit, so gut zu Mad Max! Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Ciao, ciao!